Das ist mal ne Standhaftigkeit, ok? Und zwar mal Seide, schön. Gut, so, das haben wir auch erledigt hier, Kushi-Tempel, jetzt müssten wir eigentlich nach oben und das hier machen, ne? Was ist denn das hier eigentlich? Omi, Familienmensch, Geschichte von Yuna, da unten geht es auch noch weiter, ich könnte kotzen, ey, ganz ehrlich, so, oh, wir könnten das jetzt machen, wie es aussieht, ja, dann machen wir das doch mal, ne? Würde ich doch mal sagen, 1,2 Kilometer, gehen wir doch mal hin. So, in die Richtung? Ne, 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 ne. Nur 100 Meter. Kommt her und kämpft! Na komm her, komm. Uno! Uäh! Warte in die Richtung. Da ist noch ein Blumen-Shop. 470 Meter. Wird schon wieder dunkel. Warte in die Richtung. Ja komm. Warte in die Richtung. Ah, das war's. Das war's. Warte in die Richtung. Ah! 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 Ja, ja, natürlich. War zwar nichts. Oh, der robbt noch. Nicht mehr lange. Dafür sorge ich. Na, goodbye. So. Ah, da ist wieder. Okay, mal ganz kurz. Da ist was. Läule der Ehre. Hashimas Ate. Möge da Kami, der Samurai, deine Klingen führen. Okay. Haben wir. Jetzt machen wir das wieder. 200 Meter. Ich glaube da, wo es brennt. Ich habe die Faktur-Movie. Aha. Er hat die Geisel und töte Gegner, ohne gesehen zu werden. Drei, okay. Er hat die Geisel und töte. Er hat die Geisel und töten. Er hat die Geisel und töten. Ah, jetzt sind die tatsächlich wieder aufmerksam geworden. Okay. Sie sind so nah. So, Vorräte. 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 Geiseln wurden getötet, verdammt. So, Vorräte. So, wo sind sie denn? Und da hinten ist was? So, da hinten ist was. So, da hinten ist was. Hm, da ranzukommen wird schwierig. Weil da auch welche sind. Weil da auch welche sind. So, wo ist und... Das war's. Oh Stirbt doch endlich. Allerdings. Ich erinnere mich nicht mehr an dein Gesicht. Oh, da ist ein Banner. Da holen wir uns natürlich. Ich dachte zumindest wäre ein Banner. Okay, noch haben wir ja die Chance. Ähm. 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 So, let's check, da sind welche. Ich, äh. Hm. Alles wird wieder gut. Genau. Alles wird super. Endlich frei. Geht. Gebt auf euch acht. Ähm. 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 Na dann, zeig mir, was du kannst. Haben wir es jetzt? Okay. Na dann. Sehr schön, das Dorf wird wieder aufgebaut. So muss das sein. So, Reise zum Hügel in Akashima. Okay, da ist noch was. Wo ist, da ist der Hügel. Okay, dann wollen wir da mal hin, dann machen wir mal eine Reise hier hin und springen da rüber. Weil ich will diese Rüstung unbedingt haben. Wäre schon wichtig, glaube ich. Soll ich euren Bogen verbessern, Herr? Äh, ja, bitte. Tempo, Distanz und Stärke. Kurzbogen, Reichweite. Wäre da voll aufgegradet. Ah, fast. Fast. So, Geschenk, Alter. Das ist mir jetzt wurscht. Na dann. Auf geht's. Vollgas. Mhm. 600 Meter. Haben wir hier wieder zu tun? So. Kann man ja mal machen, ne? Einfach mal das Viehzeug hier weg machen. Wie weit seid ihr denn da? 420. Ja, weil ich kannste Pause machen. Pferdchen. Kein Problem. Schön. Die Gegend hier so echt, echt hübsch. Was ist der Hügel? Was ist der Hügel? Das ist der Hügel? Ich glaube, das ist der Hügel. Und sag mal was du kannst. Du ergehens. Utsuchen Samurai! S Grand最後 bin ich. Zero nhi merci und komm! Auf geht's! Der Hügel ist ein— Gehen! Oh, da hockt ja noch ein. Meine Güte. Rauf auf die Güte, okay. Mhm. Ist jetzt noch alles relativ easy, aber ich glaube nicht, dass das so easy bleibt. Das würde mich wundern, sagen wir mal so. Mhm. 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 Da ist sie. Rosakos Rüstung. Die Mongolen werden ihre Macht am eigenen Leib spüren. Tatsächlich? Das war ja easy. Robust. Überraschend leicht. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie gut die wirklich hier ist. Wie gesagt, das war ja schon richtig zu leicht. So, Rosakos Rüstung. Mittlerer Erhöhung der Gesundheit, Mittlerer Erhöhung des Taumelschadens, Töter eines Taumels, den Gegner 10% der Gesundheit. Oh, nicht schlecht. Die kann man sogar noch abgeben. Echt nicht schlecht. Very nice. Very nice. So, damit haben wir das auch. Hier unten Fallensteller. Okay. Da ist noch was. Tom. Tom. Hallo? Ähm. Hm. Guck mal, hier gibt's nen Weg runter. Guck mal, wo das jetzt hier hinführt. Will ich echt wieder hier rüber klettern oder was? Das wär ja mal richtig absolut unschön. Hm. Wie kommen wir denn da hin? Nee. wie ist das... Funny, schä 소개. Angst. Wann ist das Mod name? Oh das ist toll. Wer kommen denn dahin? Machen wir es einfach so, hm? Säule der Ehre wieder. Duellfest. Okay, haben wir da was eingesammelt? Schön, schön. Södele, lass mal gucken, wo geht's denn weiter? Jyns Reise. Da oben haben wir noch Menge Fragezeichen. Da sind auch noch Fragezeichen. Ich glaube, wir gehen mal dahin. Ich glaube, wir sind uns verkehrt zum Fuchsbau. Märtchen, komm. Wirst du das ertrunkenen? Okay. Um nach Ikai zu segeln. Das ist aber zu schwer. Ja. Oder nicht? Wir segeln auf euren Befehl hin. Seid ihr euch wirklich sicher, Fürst Sakai? Ikki ist kein Ort für einen Samurai. Lange Reihe von Geschichten zu Beginn. Die Gegner auf Ikki sind Nadeln und stellen selbst... Nee, eigentlich nicht. Nee, das machen wir nicht. Das ist mir zu... Doof noch. Ich will erst mal das hier machen. Ähm... Wollen wir uns die restlichen, äh... Fragezeichen? Wie? Wie? So. Wie dunkel das jetzt hier ist. Wie? Wie? I swore to protect this island with my own life, that now the Mongols have stolen our home. Killed our Samurai. I can't let more of our people die. I need every weapon we have. Tsushima can't afford anything less. The Mongols have changed you, young master. The world has changed. Sometimes, our only choice is to walk away from everything we know. I sacrificed everything for my people. And I would do it again.